Ich glaube, es ist das beste Programm der Sozialdemokratie seit mehr als 50 Jahren, also seit den Zeiten von Bruno Kreisky. Hallo alle miteinander, hier bin ich wieder, Stefan Schulmeister. Heute möchte ich sozusagen den Kontrapunkt zu den Programmen von ÖVP und FPÖ besprechen, nämlich das Wahlprogramm der Sozialdemokratie. Vorausschicken möchte ich, dass ich nicht Mitglied der Sozialdemokratie bin, dass ich auch nicht Mitglied des Expertenrates war, dass ich aber seit mehr als 35 Jahren mit zunehmender Sorge die Entwicklung der europäischen Sozialdemokratie beobachtet habe. Warum? Weil nach dem Zusammenbruch des sogenannten realen Sozialismus haben die Führer der Sozialdemokratie in Europa sich zunehmend dem neoliberalen Mainstream angepasst, wenn auch mit einer anderen Sprache. Die Eltern werden sich vielleicht noch erinnern an den politischen Kurs von Gerhard Schröder in Deutschland, Toni Blair in England. Und durch diese Anpassung an den neoliberalen Mainstream hat die Sozialdemokratie in meinem Empfinden so etwas wie Identität verloren und damit aber auch Orientierung im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung. Und vor diesem Hintergrund habe ich jetzt das neue Wahlprogramm mir angesehen und muss sagen, ich war außerordentlich beeindruckt. Warum? Was ist der Unterschied zu den früheren Wahlprogrammen? Hier werden die konkreten Probleme, bei denen den Menschen der Schuh drückt, angesprochen. Jedes Wichtige kommt hier vor. Zum Beispiel die Wohnungsnot, zum Beispiel die Teuerung, zum Beispiel die zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft, nicht nur was Einkommen und Vermögen betrifft, sondern auch was Bildungschancen betrifft, was den Zugang zum Gesundheitssystem betrifft, die Ungleichheit in der Arbeitswelt, im Pflegesystem und in der Bildung. Und zu jedem dieser Problembereiche entwickelt die Sozialdemokratie sehr pragmatische Vorschläge. Die wichtigsten Beispiele möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Nehmen wir die Steuerpolitik. Da haben wir gesehen, dass die FPÖ und die ÖVP ganz klar die Steuern für die Reichen, für die Bessergestellten verringern möchte. Die SPÖ möchte das nicht. Sie sagt, gerade jene, denen es am allerbesten geht, die ein Prozent in Österreich, ein Prozent, die fast 50 Prozent aller Vermögen besitzen, die könnten doch einen bisschen größeren Beitrag leisten. Aber der Vorschlag der Sozialdemokratie ist wesentlich, wenn ich so sagen darf, zahmer, wesentlich moderater als das, was ich selber schon vor 20 Jahren vorgeschlagen habe. Warum? Bei der Vermögensteuer sollen ja überhaupt erst Einkommen ab 2,5 Millionen Euro besteuert werden, wenn jemand eine sehr schöne Immobilie im Wert von 1,5 Millionen Euro besitzt. Ähnlich bei der Erbschaftssteuer. Das heißt, das ist dann eine Belastung unter Anführungszeichen nur für die Reichsten der Reichen. Und überlegen wir, Die Summe aller Vermögen in Österreich liegt bei etwa 1.500 Milliarden Euro. Wenn ein Prozent fast die Hälfte davon besitzt, dann kann man natürlich ganz leicht 5, 6, 7 Milliarden aus einer Vermögenssteuer erzielen. Und wenn es Wirtschaftswissenschaftler gibt, die behaupten, das ginge nur, wenn man auch den Mittelstand belastet, dann sagen sie die Unwahrheit. Weil die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Sozialdemokratie möchte die Körperschaftssteuer, also die Steuer der Kapitalgesellschaften, nicht senken, sondern sie wieder auf das frühere Niveau anheben. Ebenso soll das Spitzensteuersatz bleiben. Warum? Das ist deshalb vernünftig, weil der Staat, besonders der Sozialstaat, ja unser Verein ist für das Gemeinschaftliche. Und die gemeinschaftlichen Aufgaben im Bereich der Gesundheit, der Bildung, des Wohnens, der Umwelt, die sind unter dem Einfluss von mehr privat, weniger Staat oder einfach des neoliberalen Denkens in den letzten 30 Jahren vernachlässigt worden. Im Bereich der Arbeit plädiert die Sozialdemokratie für eine langsame, schrittweise Arbeitszeitverkürzung in unterschiedlichen Formen. Ich halte das für richtig. Nicht zuletzt, weil künstliche Intelligenz uns immer mehr Arbeit abnehmen wird. Im Gesundheitsbereich ist es unabdingbar, dass die Menschen ein Recht haben auf einen Behandlungstermin, etwa bei einem Facharzt, auf Krankenkassenkosten. Und die Sozialdemokratie macht konkrete Vorschläge, wie man das organisieren könnte. Der Pflegebereich sollte viel stärker wiederum unter die Fittiche des Sozialstaats kommen und nicht von profitorientierten Unternehmen organisiert werden. Denn es ist doch ganz klar, dass im Bereich der Gesundheit, der Pflege ein Gegensatz besteht zwischen dem Profitmotiv und der Notwendigkeit einer menschlichen und guten Versorgung. Im Bildungssystem tritt die Sozialdemokratie für eine Ganztagsschule ein. Das ist vernünftig, weil gerade sozial schwächere Eltern tun sich sehr, sehr schwer mit der Finanzierung von Nachhilfe. Das könnte alles das sozialstaatliche Bildungssystem im Modell der Ganztagsschule übernehmen. Und wenn es einem wirklich das Anliegen ist, dass die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sich schrittweise verbessert, dann muss man bei den kleinen Kindern anfangen. Daher die Forderung der Sozialdemokratie im Bereich der Elementarpädagogik, also Kindergarten, massiv zu investieren. Ebenso vernünftig finde ich die Vorschläge im Bereich Umweltverbesserung, die Einführung einer Art Klimaverträglichkeitsprüfung, analog zu der allgemeinen Umweltverträglichkeitsprüfung, Sie nennen das Klimacheck, um eben stärker auch in der Gesetzgebung den Umweltaspekt zu berücksichtigen und langsam den Weg zu ebnen in Richtung auf eine Kreislaufwirtschaft. Ich habe in den letzten 35 Jahren jedes Wahlprogramm der Sozialdemokratie gelesen und war leider früher oft enttäuscht, weil es so allgemein gehalten war. Diesmal ist es wirklich problemorientiert, konkret und kann die Grundlage bilden für eine Auseinandersetzung. Es ist das beste Wahlprogramm seit den Zeiten von Bruno Kreiske und ich würde euch bitten, schaut es euch an und vergleicht es mit den sehr allgemeinen Phrasen der Wahlprogramme von ÖVP und FPÖ. Das nächste Mal möchte ich dann die ideologische, die weltanschauliche Position der unterschiedlichen Parteien etwas näher erläutern. Bis dann.